Ja, und was da sich, also was finde ich da das Allerwichtigste ist, da herauszuheben, ist genau das Bewusstsein dafür, dass man nicht alles verändern muss und den großen Schlag sofort hitten muss sozusagen. Und das ist gerade, weil du es jetzt auch irgendwie zwischendurch mal erwähnt hast, also gerade für irgendwie neue Führungskräfte oder vielleicht auch jüngere Führungskräfte, die das erste Mal in so eine Position kommen, da ist natürlich viel Motivation dahinter und da ist natürlich viele positive Emotionen, weil man freut sich, man ist glücklich, man ist da motiviert, man hat da vielleicht auch ganz neue Energie getankt durch diese neue Rolle. Aber genau da muss man sich zurücknehmen, weil ja, wie du es jetzt ja schon gesagt hast, das Allerwesentliche ist, erstmal zurücklehnen und erstmal die gesamte Situation evaluieren. Und dann, wenn man das richtig evaluiert hat, also das ist natürlich auch so ein Punkt, über den man vermutlich reden müsste noch ein anderes Mal, mit wie gehe ich überhaupt an so eine Evolution dann ran, weil das für mich irgendwie so ganz viel schon auch mit Erfahrung und so ein bisschen auch mit Tools natürlich zu tun hat. Wie kann ich was anwenden oder wie kann ich herausfinden, dass irgendwas nicht passen sollte oder wie auch immer. Aber dass man nicht diesen großen Schlag sofort machen muss, sondern wie gesagt, das ist ein Prozess. Man muss erstmal alles kennenlernen, alles evaluieren und dann kann man sich quasi hineinleben sozusagen in diese neue Rolle, eben mit Verantwortung. Und die Verantwortung, vielleicht ist das auch ein ganz, ganz interessanter Punkt eigentlich, dass man ja diese Verantwortung eben wieder, das fällt mir nochmal, das passt finde ich nochmal sehr gut zu diesem Trainerbeispiel, nämlich die Verantwortung muss man sich ja quasi auch erarbeiten erst in der Rolle. Weil die Verantwortung ist, würde ich jetzt fast sagen, unter Anfangsstrichen relativ wenig wert, wenn sie wieder nur aus der Rolle herauskommt. Also nur wenn du jetzt als junge neue Führungskraft diese Position bekommst, heißt das nicht, dass du nur dadurch jetzt die Verantwortung hast, sondern du musst auch etwas dafür tun. Also du musst dann Entscheidungen treffen, du musst quasi deine Arbeit auch gut machen, dann kommt dann folgt Verantwortung. Aber du hast es nicht nur mit der Rolle, da wird dir nicht quasi auch noch Verantwortung überreicht, sondern die muss man sich auch erarbeiten. Und das ist ja eben so ein Fehlschluss, dass man ja denkt, man ist in dieser neuen Führungsrolle und naja, das läuft ja dann. Und klar, dann treffe ich halt Entscheidungen und auf geht's. Und dann komme ich darauf wie der Trainer, dass auf einmal nach zwei Jahren, drei Jahren so, uh, ja, da gibt es irgendwie größere Probleme. Und dann ist, ja, dann hat man erst das Problem auf einmal bei sich. Und dann ist, ja, dann kann man erst das Problem auf einmal bei sich.